Herzlich Willkommen zu Truth or Lemon. Ich werde dir jetzt 10 Fragen stellen und du musst wahrheitsgemäß antworten. Wenn du nicht antwortest, dann musst du in die Zitrone beißen. Hast du schon mal bei einem Spiel, live oder online, geschummelt? Ja, ist aber schon lange her. Hast du schon mal bei einem Turnier etwas mitgehen lassen? Nein. Welchen Satz kannst du beim Darts gar nicht mehr hören? Die schlechten sind raus. Gegen wen aus dem Team MyDartCoach würdest du am wenigsten gerne spielen? Gegen Riccardo. Wer hat den hässlichsten Wurfstil, den du kennst? Ich kenne allgemein jetzt den Darts. Ja. Ich würde sagen Justin Pipe. Welchen Walk-On kannst du einfach nicht mehr sehen? Ich würde sagen den von, schwierig, den von Gervin Price. Hast du schon mal einen Gegner nach einem Spiel beleidigt? Nee, noch nie. Hast du schon mal absichtlich einen Gegner nachgemacht, weil er dich genervt hat? Nein. Hast du schon mal einem Gegner den Handshake verweigert? Noch nie. Letzte Frage. Hast du schon mal absichtlich einen Spiel verloren, damit ein Kollege weiterkommt oder ähnliches? Nein. Nein, noch nicht. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich musste nicht reinbeißen. Ja, du hast es geschafft. Vielen Dank für's Christoph. Vielen Dank. Vielen Dank.